Wisst ihr was? Es gibt wieder Zeit, sich zu gruseln. Mein Name ist Arnold Fox und wir spielen The Blair Witch in VR. Die zweite Folge und diesmal mit meiner Freundin an meiner Seite, die mir tatkräftig unter die Arme greift oder beziehungsweise mein Hürschen trocknen macht, denn es wird wieder schaurig nach dem Intro jetzt los. So, willkommen zurück, nicht im Ödland, in einem Wald, stockdunkel, letztes Mal war es schön hell, sehr gemütlich und jetzt sind wir wieder hier und ich habe keinen Bock. Wieder mit einer wunderschönen Begleiterin. Nein, ich rede nicht vom Hund, das ist ein Erd. Du kannst auch mal Hallo sagen. Hallo! Jetzt fühle ich mich schon viel safer. Ist das sicher? Ja, wir reden in ein paar Minuten nochmal, wenn ich wieder kreische wie ein Mädchen. Also wie gesagt, wir sind hier in dem Wald. Oh man, was haben wir denn hier? 2176. Feldmanual. Great. First it's witches and curses. Now what? Commando? Ach, ist das dumm. Ich kann... Oh man, ich wollte es doch mal anschauen. Gut, dass man einen Rucksack hat. Oh man, man kann nicht Sachen gleichzeitig machen. Äh, was ist das? Genau, das ist mein Journal. So, was haben wir denn hier? Boah, das ist echt komisch mit der Taschenlampe. Also eine Anleitung, wie man Tiere erlegt. Interessant. Machen wir nicht. Der hast du jetzt dort gefunden. Der hab ich jetzt hier gefunden. Warum auch immer. Wir sind hier bewusstlos geworden. Und sind dann hier in diesem Zelt aufgewacht. Was ist denn? Ja, jetzt langsam. Ich muss doch hier alles anschauen. Ein Brauchtopf? Schüppchen? Oh, weißt du was das geil ist? Ähm... Wir können... Nein. Wir können... Snake spielen. Ich hab mir gesagt, wenn ich Angst habe, dann spiel ich einfach Snake. Aber ich hab keine Angst. Noch nicht. Ein Schlafsack? Oh, eine Kamera. So, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal. Hm... Da ist ein Tape drin. Oh, ein Tape? Guck mal. Um die Kamera zu verwenden, musst du sie in der rechten Hand halten. Rechts ist hier. Die erste rote Videokassette ist schon eingelegt. Mit Hilfe der roten Videokassette kannst du die Realität manipulieren. Acht auf deine Umgebung, sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Wolltest du das? Ja, das wird nicht angezeigt. Das ist mir ja letztes Mal auch aufgefallen beim Schneiden. Ich hab hier ein Fenster, wie so ein Tutorial. Mhm. Das wird aber nicht angezeigt im Video. Oh, defuck! Was war das? Das Video? Da hat auch irgendwas geblinkt. Ja, da steht der Hinweis. Der Hinweis. Gehen wir zur Freuerstelle. Warte, wir können zurückspulen. Oder? Ist doch die Feuerstelle. Da. Ah, auch hier das mal um die Realität. Dadurch, dass ich im Video hier dieses Teil habe, wir können Pause machen. Siehste? Jetzt wird angezeigt. Mhm. Jetzt ist es weg. Und jetzt ist es da. Und jetzt ist es da. Ja, dann gehen wir hin. Oh Mann ey. Okay... Ist das ein minispielzeugauto? So, warte, 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 zack, ich wollte es nicht in die Hand nehmen. Such mal danach. Und nicht so weit weg! Hör auf! Oh Gott! Oh, das machst du! Ja! Oh Gott, ich habe mich erschrocken. Entschuldigung. Das wollte ich mir noch... Oh, eine Holzfigur! Man kann Holzfiguren sammeln. Oh, das ist wieder... Ich weiß, es ist eine andere. Obwohl, ich will zu viel Zeit auf der Hand nehmen. Lass los! Okay, gib mir die Taschenlamme. Aber die Brille hängt nicht richtig. So, jetzt. Puh. Oh Mann, fuck, ist das dunkel hier! Das geht mit mir gar nicht. Dämlich dunkel, ey. Ich fühl mich leicht beobachten, das hat nichts mit dir zu tun. Irgendwie so eine hässliche Hexe beobachten mich wahrscheinlich. Okay, Kampfhose einnehmen. Ich spiel lieber Snake. Nein, du gehst jetzt weiter. Oh, warte. Scheiße, die anderen sind auch nicht da. Welche anderen? Die, die mit bei der Suche dabei sind. Also, wir suchen einen vermissten Junge. Ähm. Und, ähm. Und, äh, die Nachbarschaft Polizei, bei der Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei, suchen den Jungen auf. Und ich bin dazu geschlossen. Die sind grad nicht da. Warum auch immer, sind die vielleicht schon tot? Oh, ich will nicht dran denken. Ganz ruhig, Buddy. Bleib bei mir, okay? Lass mich nicht alleine. Schoko, was? Warum, warum ist es so blau jetzt? Oh Gott. Die lassen hier Müll liegen. Oh Gott, wie sich das anhält. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hör auf Bullet bellen und beobachte seine Körpersprache. Er ist der erste, der sich vor Gefahren warnt. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Komm, komm. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Was ist das? Ein Bild? Oh fuck, da ist eine Frau drauf. Die fucking Blair Witch-Hexe. Ich hab grad gedacht, ich hab meine eine Kontaklinde nicht drin. Ich seh so unscharf auf einem Auge. Ganz ruhig. Hoppala. Ja, was ist denn da los? Allez bleib mir. Immerhin ist es ein bisschen heller hier. Kapitel 4. Zeigt es bei dir was an? Kapitel 4. In die Dunkelheit. Ah, okay. Das wird nicht angezeigt? Nein. Komisch. Wir sehen einen schwarzen Bildschirm. Okay, jetzt muss ich eher rausschneiden dann. Boah. Oh, 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 oh. Lass mich nicht allein. Ich weiß nicht, was das ist. Guck mal vor. Oh fuck, fuck. Hör auf zu. Buddy komm her. Buddy komm her. Buddy. Komm zu mir. Bleib bei mir. Bleib bei mir, okay? Okay. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peters Cap either. Listen. Okay, mein Herz schnack. We'll keep moving north. For Christ's sake, Alice. Stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Nein, das gefällt mir nicht. Ich fände mich nicht. I'll look for a landmark. Something to point you in the right direction. Alice. I'll keep you posted. Over now. Okay, Buddy, bist du bereit? Okay, und jetzt los. Look around, boy. Hast du es gefunden? Okay, los. Oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Beruhig dich. Alles wird gut. Du machst es gut. Danke, danke. Buddy, kannst du aber ein bisschen langsamer laufen. Alter Mann, es kennt die Zug. Nein. Soll das dein Herzschlag darstellen? Ich weiß es nicht. Ist schon gruselig. Oh Mann, ey. Also, deiner ist schneller. Hey Buddy, what's wrong? Oh Gott. Ja, 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 Buddy. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich nehm das weg. Buddy hat Angst vor solchen Holzdingern. Ich auch. Einfach mitnehmen. Mitnehmen und wegschmeißen. Ah! It's all gone. See? Buddy, langsamer. Oh Gott. Buddy? Buddy? Buddy, wo bist du? Nein. Gib mir die Farbe. Gib mir die Farbe. Komm her. Komm her. Hör auf, hör auf. Wo ist denn die Faschlampe? Was ist das? Was ist los? Ganz ruhig, Hund. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich hab mehr Angst als du, okay? Ja, ganz gut. Ganz ruhig. Okay. Bereit? Komm her. Komm her. Komm her. Hast du was? Was denn? Work, dammit! Was? Scheiße! Boah, scheiße. Ich bin gerade schrocken. Das Schlampe geht nicht. Oh Mann, Buddy. Okay. Haha! Was ist das? Get a grip, Alice. It's just a tree. Come on, Bullet. Ganz ruhig. Was ist das? Ah, die Welt bei mir. Nicht so schnell. Mach mal bitte langsam. Oh nein. Okay, doch. Was denn? Ich hab gedacht, die Aufnahme hat nicht aufgenommen. Dann hätte ich's dir gesagt. Danke. Okay, es nimmt auf. Over. Fuck. Muss ich jetzt da rein, oder was? Mhm. Los geht's. Los geht's. Buddy, komm her. Stay close, Bullet. Komm her, komm her. Odin. Odin, nicht da... Geh mal weg. Komm her. Also der Weg... Der Weg führt da hin, aber... Ich weiß gar nicht, ob ich da rein will. Ganz ruhig, Buddy. Ganz ruhig. Bullet. Komm her. Look around, Boy. Da weiter? Okay. Runter. Langsam. Scheiße, Mann, der Hund ist so schnell. Was und der... Wollt der jetzt nicht runter? Nee, der Hund führt mich da hin, irgendwie. Ich muss dem Hund folgen. Ich darf nicht alleine sein. Was ist das, Buddy? Gib mal her. Der Knie-Wrapper? Wirklich? Komm her, Bullet. Du kannst besser als das machen. Komm her. Mal sehen, ob du etwas anderes findest. Also ich bin ein Kriegschlitterrahmen. Und das ist mein Therapiehund. Ich hab... Posttraumatische... Ähm... Wie nennt man das? Störung? Ja. Gib mal. Another Tape? Let's see. Okay, Buddy. Danke für das Tape, aber wir gehen jetzt erstmal... Komm her. Komm. Wir gehen dahin, wo es Licht gibt. Das werde ich nicht machen. Ich werde das nicht anmachen. Im Dunkeln. Buddy, langsam. Okay, wir gehen jetzt zurück. Da wurde ich das. Oh, was? Mann, hör auf! Mit wem sprichst du? Mit dem Hund. Der hat gar nichts gemacht. Doch, der hat irgendwas... Oh! Buddy, komm her. Komm, Buddy. Gut, gut. Wir gehen jetzt wieder zurück, wo es Licht gibt. Licht ist immer gut. Gell, Buddy? Oh Gott, du bist hier. Okay, gut. Alles gut. Alles gut. Puh. Alter Schwede. Der Schwarzwald ist echt gruselig. Jetzt guck dir mal das Band an. Ja. Okay, Buddy, du bleibst hier, okay? Gut. So. Wo ist mein Camcorder? Peter? Peter? Peter Parker. Rotkumpen. Das kennt man doch, gell. Das heisst, ich muss jetzt hier das suchen. So, das wird doch jetzt hier dann angezeigt, glaube ich. Da? Ja. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh. Oh, 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 oh. Suchen. Ja, her. Such. Gefunden. Oh, Mann. Langsam. Erzähl mir was. Mehr ich? Ja. Du machst es wirklich gut. Danke, danke. Eigentlich bin ich froh, dass ich nicht durch den Tunnel gehen muss. Sicher? Ja, sicher. Langsam. Mann, dieser Hund, ey. Ja, und der hat jetzt was gefunden, oder? Ja, der hat die Fährte... Oh, 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 oh. Was ist denn da? Oh Gott. Fuck, hab ich mich erschrocken. Nein, nicht nur du. Was ist denn, Buddy? Du hässliches Schweinearschloch. Buddy, komm her. Oh, Mann. Hast du das gesehen? Ich hab's nicht richtig gesehen. Irgend so ne hässlige, dürre Hexe. Ich... Boah, das knurrt doch schon wieder. Ach, jetzt habe ich es gesehen. Wohin, wir jagen sie! Wo, wo? Da ist sie! Du blöde Potte! Langsam, langsam! Hä, bin ich aggressiv! Was ist das? Scheiße, aber jetzt interessiert es mich schon, was in dem Tunnel drin ist, oder? Ne, jetzt mach erst mal das hier. Denkst du aber, man kommt da wieder zurück? Ich denke, dass du damit jetzt irgendwie dahin fahren musst. Ne, die Gleifen, die sind blockiert. Aber geh doch mal rein. So, aber sollen wir nicht zurückgehen zu dem Schacht? Ja, aber die hätten mich dann schon reingebracht, oder, wenn das relevant wäre. Aber Dieter, der Junge, der ist in den Schacht reingegangen. Das ist ja nicht sicher. Wie nicht sicher? Das hat er im Video gesehen. Ja, aber du hast... Nein, du hast im Video gesehen, dass sie vor dem Schacht waren. Denkst du nicht, dass sie reingegangen sind? Gut, du hast ja der Buddy jetzt am Ball riechen lassen. Ja, aber wo hat er dich hingeführt, der Buddy? Nicht rein. Nee, nicht rein. Aber komisch, warum nicht rein? Ach so. Also ich muss ein Tape suchen. Er guckt doch mal in dem Wagen. Oder Waggon. Oder wie es immer heißt. Ich kann nicht springen. Wow, 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 was ist da los? Hörst du das auch? Mhm. So ein leichtes Rauschen. Wie so ein Wasser. Nein, nicht das. Wie so ein Rauschen von einem Fernseher. Echt? Ja. Das hört sich ja an wie ein Wasserfall. Nee, das Wasser ist da. Und von der Seite ist so... Okay, wir brauchen ein Tape. Irgendwo liegt hier ein Tape rum. Warte, ich gucke. Wie so ein Tape. Alice, du bist. Emmett, ich wollte nur sagen, ich weiß ich es war. Und ich lebe. Ich weiß, du bist schon, Alice. Was getan ist getan. Nein, was getan ist getan. Nein, in die Vergangenheit ist getrunken. Du hast die Kinder's kap. Du bist noch in eine Art. Und hey, es ist noch ein Radio-Kontakt. Oh ja, was du besser gesagt hast. Ja, das war sehr. Ja, du bist. Das Geräusch kommt doch von der Seite. Wo ist es? Ich hör's doch. Ja, es wird lauter. Oh ja, es wird immer lauter. Boi, wo bist du? Komm her. Was ist dir oder Boi? Ich war die, meine ich. Wo ist er? Wo ist? Komm her. Bleib bei mir. Ich darf ja nicht verrückt werden. Ist das jetzt? Hörst du's? Ich nicht. Wird immer lauter. Wird immer lauter. Hast du was? Gut, dass er ein rotes Halsband hat. Dann hätte ich echt ein Problem, wenn ich ihn nicht... Guck mal da vorne. Das Geräusch ist irgendwie irreführend. Wieder dieser Baum. Bleib bloß in meiner Nähe. Ja, hier waren wir schon mal. Ach so. So, ich geh jetzt in den Schacht rein. Ready. Bullet. So. So. Mehr. Wir speichern ganz kurz. Lass uns reingehen. Bereit? Gut. Warte hier, buddy. Was? Ich schau jetzt da alleine rein? Oh Mann, ey. Warum tue ich das immer? Warum spiele ich Hocko-Spiele? Warum tue ich das? Ah, okay. Deswegen. Locked. Wir brauchen etwas wie einen Schlüssel. Okay. Also kommen wir echt nochmal wieder zurück hier. Okay. Ich brauche wieder deine Hilfe, buddy. Such. Oh, shut. Hast du was? Okay. Los. Pack. Lauf. Langsam. Nichts. Oh Mann. Hab keine Angst. Ich hab ne Taschenlampe. Ich. Und ich kann Feuersprüche. Ja, ja. Ich hab Skyrim gespielt. Ich kann zaubern. Und ich hab nen Bogen. Ich bin ein guter Bogenschütze. Ich bin... Was ist? Ich kann kommen weiter. Hier. Ich sehe, du kannst etwas finden, buddy. Du bist ja eine große Hilfe. Okay. Dann gehen wir wieder zu dem Dingens. Ja, ja. Ich bin ein guter Bogenschütze. Ich hab... Ich bin Stufe... 60. Oh Gott. 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 Ja. Das war's. Das war einfach. Einfach, sagt sie. Guck's dir an. Warte. Geh mal erstmal zu den Gleisen, weil... Boah, der läuft ein bisschen viel zu entspannter Dude. Also ich hätte da wirklich die Beine in die Hand genommen. Sag man doch so. Jetzt guck's haben. Ja, ja, Moment. Ich muss jetzt erstmal da hin, weil... Durch meine Zauberkräfte... kann ich diesen Raumstamm jetzt wegmachen. Nein, das ist nicht das Video. Das ist jetzt einfach nur ein Tape. Oh Mann, ey. Komm, Bullet. Jetzt such doch mal. Ja, komm. Der sieht aus, als wenn er über und über mit Flöhe wäre. Ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl, hier können wir entspannt laufen. Solange wir das Tape noch nicht gefunden haben, bin ich hier, glaube ich, safe. Was ist? Spinnst du ein bisschen? Ich habe eure Kontierung verloren, oder was? Du bist aber bei mir ein Hund. Ja, und dann einfach verschwinden, gell? Ist aber auch schwierig, im Dunkeln ein Tape zu schimpfen. Oh ja. Du sagst es. Ich stelle mich nicht dumm an. Es ist schwer. Also, ich gucke ja mit, und ich sehe es nicht. Was ist jetzt los? Ich habe gerade Fragen, was ist mit deiner Taschenlampe? Ich kann, glaube ich, gerade nicht zurücklaufen, oder so. Das macht mich kirre. Okay, das ist komisch. Ich glaube, wir müssen von außen rum. Komm her. Wir müssen den Weg. Ich glaube, man kann so nicht zurück. Man muss jetzt wieder die Schleife, das ist eine Endlosschleife. Wir sind in einem Loop drin. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach wieder von einem Bunker aus wieder weiter. Ist die Musik? Nein. Was für eine Musik? Also, irgendwas vibriert. Was? Lauf mal weiter. Oh Mann, lauf doch schneller. Ich höre nur dieses Rauschen. Okay, wir versuchen, also wir gehen jetzt einfach mal vom Bunker weiter aus. wieder zurück. Okay. Da unten ist ja der Bunker. Jetzt sagen wir mal, such. Suche mich. Und jetzt such. Finde, vor allem. Okay, diesen Weg sind wir noch nicht gelaufen. Okay. Kampfhose wieder einnehmen. Oh, ich laufe einfach nur. Ich gucke nicht nach hinten. Okay, wir sind hier wieder an dem Auto, wo du, dummer Köter, sorry, dummer Hund, Geräusche gemacht hast, um mich zu erschrecken. Perfide Pläne schmiedest du. Ist da was? Nee, das ist mein Telefon. Und hier bleibt er stehen. Warum bleibst du hier stehen? Er guckt nach oben. Oh Gott. Das finde ich zumindest. Geh mal ein Stück zurück. Aber das würde immer... Oh Gott. Ich finde, er schaut nach oben. Ich habe... Ich glaube, er sieht was. Ich bin mir sicher, die Hexe läuft hier irgendwo rum. Und die sieht er. Da bewegt sich nichts, Buddy. Komm, lauf weiter. Wir müssen jetzt endlich mal Progress machen. Komm. Jetzt sind wir wieder hier. Hm. Also so schwer kann es ja eigentlich nicht sein. Ich glaube, wenn es da echt um diesen Baum geht, dann muss das Tape, der Tape, die Tape? Das Tape. Das Tape muss irgendwo hier in der Nähe sein. Anders macht das doch gar keinen Sinn. Weil mir ist Hegen doch immer irgendwo. Da geht es wieder zurück. Hängt... Hängt da was? Wo? Sieht's ja aus. Da hängt was. Mark Hint. Fuck, Alter. What the hell? Raged Michael. Aber auch kein Band. Nee. Und so langsam muss ich zum Ende kommen. Na, ich befürchte, das muss ich näher beleuchten. Was? Immerhin kann ich jetzt ein bisschen entspannen. Ich lehne mich jetzt hier virtuell an dieses Ding dran. Also, wir müssen das Tape suchen. Und diese fameledeite Echse. Ja, dieses Wort gibt es. Sicher? Ja. Und dann werden wir diesen Baumstamm da hoch machen. Und dann geht's weiter. Vielleicht ist es auch ein Bug, dass er einfach jetzt gerade nicht weiß, wo er suchen muss. Er ist auch ein bisschen verwirrt, gell? Kleiner. Beim nächsten Mal. Hast du was? Also, wenn du jetzt was hast, dann bin ich rum. Nee. Beim nächsten Mal. Abzuatmet. Ziemlich männlich war ich nicht in der Hinsicht. Aber wir sind auch ein bisschen weiter gekommen. Ich muss jetzt nur schauen, wie weit es jetzt geht. Wir sind ein bisschen hängengeblieben. Und da hilft es auch nicht, irgendwie den ganzen Weg tausendmal hin und her zu laufen. Ich muss mich leider spoilern lassen. Aber trotzdem würde ich mich freuen, euch beim nächsten Mal zu sehen. Natürlich wieder mit meiner Freundin, die mich tatgegriffig unterstützt. Und deswegen, bis zum nächsten Mal. Euer Einen Fuchs. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.